Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Es ist soweit, die erste deutsche Strecke wurde nun für SimVail Survival Simulator am vergangenen Freitag, dem 31. März 2023, offiziell angekündigt. Doch bevor wir uns mit der deutschen Strecke befassen, zunächst erst einmal ein paar Informationen zu SimVail Survival Simulator. SimVail, das Spiel stammt vom polnischen Entwickler SimVail SA und wird gepublished von Playway. Das Spiel wurde ursprünglich Anfang 2020 angekündigt. Im Dezember 2021 erschien dann die erste Demo-Version. SimVail ist seit Januar 2023 nun im Early Access-Status auf Steam erhältlich. Und dieses Spiel bekam von der Community ein überaus durchweg positives Feedback. Denn in SimVail geht es nicht nur darum, selbst Züge zu fahren, sondern in SimVail haben Spielerinnen und Spieler auch die Möglichkeit, die Aufgaben der Fahrdienstleitung zu übernehmen. Also die Koordination der Züge durch die verschiedenen Bahnhöfe entlang der beinhalteten Strecken. Ein Herzstück von SimVail ist natürlich die 315 Kilometer lange Strecke von Warschau nach Katowice. Im südlichen Bereich dieser Strecke gibt es auch noch einige andere Abzweige. Zu SimVail gehören auch eine Reihe mitgelieferter Fahrzeuge für den Personennahverkehr, für den Güterverkehr und für den Personenfernverkehr. SimVail ist, genauso wie das Entwicklerstudio, in Polen angesiedelt. Das heißt, hier werdet ihr überwiegend polnische Fahrzeuge und natürlich auch die entsprechenden dortigen polnischen Signal- und Zugsicherungssysteme finden. Auch wurde eine erste Roadmap für SimVail Survival Simulator Anfang März 2023 veröffentlicht. Es erscheinen weiterhin regelmäßig Updates für SimVail Survival Simulator, welche dieses Spiel immer weiter verbessern und teilweise sogar neue Inhalte hinzufügen. Hier mal ein ganz kurzer Einblick auf die Roadmap zu SimVail Survival Simulator. Bitte beachtet, dass zukünftige DLCs hier nicht in der Roadmap enthalten sind. Zurzeit befindet sich in der Entwicklung unter anderem der Vorort- und S-Bahn-Zug EN57. Also das ist ein Elektrotriebwagen, welcher in den polnischen Großstädten als Vorort- und S-Bahn-Zug eingesetzt wird. Dann soll im Singleplayer-Modus auch KI-Verkehr stattfinden. Das Spiel speichern wird korrigiert. Es soll Winter- und Herbst-Effekte geben. Die Dampflokomotive Typ 2, Baureihe 52, soll in das Spiel kommen. Es soll neue Signale geben. Die Strecke soll erweitert werden bis nach Krakau. Es soll neue Güterwagen geben. Einen Controller-Support und das europäische Zugsicherungssystem ETCS soll ebenfalls unterstützt werden. Und in Planung befinden sich Rangier-Szenarien. Einen Passagier-Mode, also wo Spielerinnen und Spieler als Passagierumzug mitfahren können. Dann soll eine Strecke von Katowice nach Setečov in den 1980er Jahren angesiedelt sein. Das ist die sogenannte Sandbahn. Und dementsprechend die Fahrzeuge auch in dieser Zeit lackiert sein. Außerdem soll es, wie gesagt, noch Verbesserungen an eben, ja, den Signalen geben. Es soll weitere Szenarien für den einzelnen Spielermodus geben und viele Sachen mehr. Wie gesagt, zusätzliche DLCs sind in der Roadmap noch nicht enthalten. Bestimmt fragt ihr euch, wieso Singleplayer? Richtig. SimVale, Survival Simulator, kann auch im Multiplayer-Modus gespielt werden. Das heißt, einige Spieler fahren halt mit den Zügen von A nach B und andere wiederum sind Fahrdienstleiter entlang der Strecke und schalten halt für die anderen Spieler die Signale frei. Es gibt sogar die Möglichkeit, über Funk zu kommunizieren in diesem Spiel. Also SimVale ist da schon seinen Mitkonkurrenten in Sachen Multiplayer und Vielseitigkeit wie abwechslungsreiche Aufgaben weit voraus. Es soll sogar noch einen Editor für dieses Spiel geben. SimVale basiert auf der Unity-Engine und nun ein kleiner Einblick, was beispielsweise in den zahlreichen Updates enthalten ist. Wie gesagt, es sind nicht nur die technischen Verbesserungen, sondern die unter anderem werden, wie gerade vorgelesen, die Strecken erweitert. Und es gibt auch hier und da neues Rollmaterial für SimVale. Beispielsweise erschienen vor kurzem neue Güterwagen, die, wie gesagt, kostenlos beigelegt wurden. Eine große Überraschung war die Elektro-Lokomotive EP-08, welche ebenfalls in einem der letzten Updates enthalten war. Und hier nochmal ein Einblick in die anderen Fahrzeuge, zum Beispiel in die Dampflok Baureihe 52, die sich aktuell in der Entwicklung befindet. Und hier ein Blick auf das Fahrzeug EN57, dem in Polen fast überall bekannten Vorortzug. Wie gesagt, diese beiden Bilder stammen aus der Entwicklung und weichen eventuell vom fertigen Produkt ab. Und nun werfen wir einen Blick auf die DLCs, die aktuell angekündigt wurden. Zunächst wurde ein amerikanisches DLC angekündigt. Dieses soll entlang des Mississippi führen, eine Strecke von rund 260 Kilometer vom US-Bundesstaat Wisconsin nach Minnesota. Also eine klassische amerikanische Güterzugstrecke. Genauere Informationen gibt es dazu allerdings noch nicht. Jedoch werfen wir jetzt einen Blick auf die wohl von der deutschen Community sehnsüchtig erwartete deutsche Strecke. Und ich muss sagen, ich persönlich war auch sehr überrascht, dass wir so schnell, das Spiel ist ja noch nicht einmal richtig fertig, so schnell eine deutsche Strecke für SimVale bekommen werden. Und die nächste oder die erste deutsche Strecke für SimVale, das wird die Bahnstrecke vom Polnischen Skorzelec über Görlitz nach Dresden sein. Die Strecke hat eine Länge von rund 120 bis 130 Kilometer. Es handelt sich hierbei um eine grenzüberschreitende Strecke. Und die Strecke ist auf weiten Teilen nicht elektrifiziert. Auf der Strecke kommen im Personennahverkehr überwiegend Fahrzeuge des Typs D-Zero Classic zum Einsatz, welche eben von Dresden über Görlitz bis nach Skorzelec fahren. Zwischen Bischofswerda und Görlitz kommen auch Fahrzeuge des Stadler Regio Shuttle RS1 zum Einsatz. Und im westlichen Bereich der Strecke gibt es zahlreichen Verkehr, weil ja dort zwischen Radeberg und Dresden-Klotz schon noch andere Nahverkehrslinien bis nach Dresden verlaufen. Die Strecke ist auch zwischen Dresden-Hauptbahnhof und Dresden-Klotz elektrifiziert, da sich dort der Abzweig zum Dresdner Flughafen befindet. Es steht jedoch noch nicht fest, wie groß der Umfang sein wird. Ob die Strecke erst in Dresden-Neustadt beginnt oder ob der Startpunkt im Dresden-Hauptbahnhof ist, ob es eventuell auch den Güterbahnhof Dresden-Friedrichstadt geben wird. Fest steht jedoch, dass die Strecke in der aktuellen Zeit angesiedelt sein wird und aktuell fahren dort im Personennahverkehr, wie gesagt, Dieselzüge des Typs Desiro Classic. Wir kennen sie in Deutschland auch als Baureihe 642. Die Strecke ist auch mit dem elektronischen Stellwerk ESTW ausgerüstet, aber es wird hier und da sicherlich auch Aufgaben der Fahrdienstleitung geben. Neben dem Personennahverkehr, Regionalverkehr findet auf der Strecke auch Güterverkehr statt. Hier dürfte es auch interessant werden, ob es beispielsweise die Lokomotive Baureihe 232 Ludmilla geben wird. Diese Lokomotive war ja lange Jahre auf dieser Strecke im Güter- sowie im Personen- und Fern- und Nahverkehr im Einsatz. Es gab Wendezüge, die da mit der Lok gefahren sind. Es gab Interregion Schnellzüge. Diese Lok war eigentlich auf dieser Strecke unentbehrlich. Ja, die wichtigsten Orte zwischen Dresden und Görlitz, die hier passiert werden, sind natürlich Radeberg, bekannt durch das dort hergestellte Getränk, Bischofswerda, das Tor der Oberlausitz und natürlich Bautzen, eine über 1000 Jahre alte Stadt, und Löbau ebenfalls. Das sind so die größeren Orte, die auf der Strecke passiert werden. Ja, ich persönlich kenne die Strecke auch im Vorbild. Ich bin sehr auf diese Umsetzung gespannt. Wie gesagt, ich kenne die Strecke komplett. Und ja, wünsche dem Team hier natürlich gutes Gelingen beim Umsetzen dieser Strecke. Was ist eure Meinung zur angekündigten ersten deutschen Strecke Scorchelitz-Görlitz-Dresden für SimVale? Freut ihr euch auf diese Strecke? Denkt ihr, dass der Desiro Classic mit enthalten sein wird? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und welche deutschen Strecken sollten eurer Meinung nach noch für SimVale Survival-Simulator veröffentlicht werden? Schreibt auch hierzu eure Meinung in die Kommentare. Spielt ihr SimVale? Und was ist euer Eindruck von SimVale Survival-Simulator? Gefällt euch dieses Spiel? Oder was sollte noch an SimVale verbessert werden? Schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise. Bis jetzt mal zum nächsten Mal. Vielen Dank.